Moin, hier ist die Olegino Oldenburger Energiegenossenschaft. Aus Anlass der heutigen Demonstrationen laden wir nochmal unsere Rede vom 20. September hoch. Und die ging so los. Hi, moin, ich bin Sebastian und ich bin Vorursacher der Klimakrise und Teil des Klimaproblems. Ich bin aber auch Bürger eines demokratischen, freien Landes und deswegen Teil der Lösung. Und wie ihr und wie jeder andere auch in dieser Gesellschaft. Ich will kurz über die Energiewirtschaft reden. Laut Umweltbundesamt ist der Energiesektor immer noch für die meisten klimaschädlichen Emissionen in Deutschland verantwortlich. Die Energiewirtschaft ist nach fast 20 Jahren Energiewende, das ist mein halbes Leben fast, immer noch der größte Klimazerstörer des Landes. Und deshalb bin ich Energiebürger. Deshalb bin ich Teil der Oldenburger Energiegenossenschaft. Denn in einer Genossenschaft kann ich demokratisch mitbestimmen, wie der Hase läuft oder der Strom fließt. Unser mega geheimer Plan ist, wir bauen hier in der Stadt zusammen große Photovoltaikanlagen und versorgen uns mit sauberem Strom. Und damit drängen wir den deckigen Strom des Grundversorgers aus dem Netz. Denn der ist auch für den Klimawandel verantwortlich. Aber wir sind heute hier, um politische Lösungen zu fordern. Das ist klug, das ist richtig. Und im Namen unserer Genossenschaft, danke, dass ihr alle da seid. Was wir brauchen, ist eine politische Energiesystemwende. Denn was hieß Energiewende bei den letzten drei Bundesregierungen? Es hieß Sonnensteuer auf eigenen Strom. Es hieß ein Ausbaudeckel für erneuerbare Energien und Bürokratie für Bürger und Genossenschaften. Es hieß Schutz für Kohleindustrie und Großkonzerne, obwohl sie Teil des Problems sind. Und es hieß Solarwirtschaft und jetzt auch die Windbranche gegen die Wand fahren und das, obwohl sie Teil der Lösung sind. Deshalb fordern wir, der 52 Gigawatt Deckel für die Photovoltaik muss weg. Wir fordern, jede Bürgerin und jeder Mieter und Mieterin muss sich einfach, abgaben- und diskriminierungsfrei mit Sonnenstrom aus eigenen Anlagen versorgen können. Und, das finde ich das Wichtigste, dreckiger Strom muss endlich teuer werden. Und noch was, die Mehrheit der Haushalte hier in Oldenburg versorgt sich immer noch mit Kohle- und Atomstrom. Und die wenigsten Oldenburger Dächer tragen Photovoltaikanlagen. Fragt euch, fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern, warum das so ist. Macht euch schlau, was guter Ökostrom ist, der wirklich etwas bewegt. Schaut auf utopia.de zum Beispiel. Und dann will ich, dass eure lieben Verwandtschaft zu Hause so richtig auf den Keks geht. Danke! Da habe ich nochmal eine kurze Anmerkung zu. Schaut alle mal auf Google Maps. Schaut euch an, wie viel Dachfläche Oldenburg, die Städte drumherum, die kleinen Dörfer haben. Diese Dachfläche könnte komplett genutzt werden, um die Häuser zu heizen und komplett Deutschland mit Strom zu versorgen. Warum wird sowas blockiert? Das ist eine Frechheit der Bundesregierung. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!